Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir zocken heute wieder Minecraft in der Welt weiter. Wie wir das letzte Video gesehen haben, wir sind jetzt gerade dabei, Dings, das Baumaus zu bauen, das Eishaus zu bauen und falls ihr was im Hintergrund knusprigst, hört ihr die Eska-Konflikte. Auf jeden Fall, wir wollten ja das Baumaus weiter bauen und deswegen, ich sage, machen wir das jetzt weiter, damit wir es wohl heute noch Fake kriegen. Oh. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Neu. Warten wir jetzt mal, bis das eben geladen hat. Also, falls die Stimme im Hintergrund hört, ich bin gerade noch mit Selina, könnt ihr vielleicht aus der ersten Roblox-Folge, ähm, im Discord. Ja. Ja. Sie spielt nicht mit, weil sie Minecraft Bedrock nicht spielt, ähm, aber wir reden einfach nur jetzt ein bisschen noch über Discord. Ich spiele so lange irgendwelche Horrorgames. Ich spiele die ganze Zeit. Ich frage mich nicht, warum. Ich spiele gar kein Fest von Horrorgames. Ich spiele so lange auch meine Videos. Ich kann Horrorgames, ja, aber wenn die zu groß werden, dann scheiße ich mich nicht. Ja. Ich spiele so lange auch Videos drehen, aber nicht für YouTube, sondern für TikTok, ja. 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 Okay. Ich spiele ich richtig. Ich habe schon über 1000 Follower, ja. Mhm. Wow. Kein Kommentar. Ich habe 13 Follower auf YouTube. Yes. Follower, Abonnenten, bitte. Ja. Ja. Und so weiter. Ist halt selbe. Die folgen mir halt einfach. Sagen, ja, sagen, genau, sagen wir das. Einfach so. Oh, hier ein gutes Matchment. Matchment. Ach. Walla. Krusester. Walla Krise. Walla Krise. Oh, Frau Holle, haben wir nicht inne gelassen. Hier hat schon wer geschneit. Immer wirklich hat's für euch geschneit? Immer diese Frau Holle. Die schnell immer meine Base voll. Das geht doch so nicht. Typisch Frau Holle. Nein, nicht bei uns zuhause, Minecraft. Die Frau Holle hat meine Haus voll geschneit. Die kann nicht einmal aufpassen und nicht schneiden. Immer diese Frau Holle. Ich glaube, in dem Game war ich schon mal drin. Das ist so unnormal gruselig. Aber zu mir. Wir wollten eigentlich schon mal wieder ein Horror-Game aufnehmen, das heißt Player. Aber da dachte ich mir, ne, ich hab da, ich hab da mir wirklich ne Hosen geschlossen. Ja, ich hab da, ich hab kein Problem damit. Nur du tust aushersehen natürlich den Tab schließen. Das machst du auch. Das machst du auch gerne. Das machst du auch gerne. Aber nur wenn du zuerst verlässt. Wenn du alleine spielst, wie soll ich denn dann verlassen? Ja, moin. Ich werfe ein Eisbär und genau an der Stelle, äh, ich werfe ein Eisbär drei Stunden. Ich werfe ein Schneeball und genau an der Stelle spornt ein Eisbär. Warum nicht? Willkommen zu Selina. Willkommen zu der Crush. Willkommen. Ich brauch Fisch. Komm her. Drei Stunden später. Wow. Ich brauch bei diesem Teleporting 30 Minuten gefühlt. Oh. Wieder ein neues Horror-Game. Gudi. Ha. Nicht wundern, die, die hat sie nicht mehr alle. Ey, ich mach grad mein Video und du störst mich. Ja? Moine, meine Siege. Ey, ich mach grad auch Video und du störst mich. Okay. Ey. Folgt mir alle auf TikTok. Selina.tolemayer-Queen, ja? Yay, I'm a queen. Mach das nicht, bitte. Nein. Jetzt darf ich ein neues Video für endlich anfangen. Den einzigsten, den ihr abonnieren könntest mich, bitte. Bitte. Bitte nicht, Herrmann, abonnieren. Bitte. Nein. Der ist voll unsympathisch. Ich mach nur gute Videos. Mit mir, ja, da stimme ich dir zu, dass die gut geworden sind. Ach so, wie Leute, wo ihr dacht, ähm, ich hab ja gesagt im letzten Video, dass ich YouTube Yonix in die Beschreibung packe, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt vergesst und deswegen geht einfach mal auf die Kanal-Info, dann steht da mein, ähm, mein Freund, da geht er dann drauf und dann konntest du seinen Kanal. Weil, ich hab jetzt vergesst, das in die Videobeschreibung zu machen. Diesmal vergete ich es nicht in die Videobeschreibung zu packen, sondern mach's diesmal. Ich bin kein Fortnite-Kiddy, ich spieg auch bei mir so viel Fortnite. Du bist ein Fortnite-Kiddy. Ich spieg gar nicht so viel Fortnite. Hast du lügen? Hast du auch zu lügen? Das letzte Mal, wo ich Vortrag gespielt habe, war gestern. Ja, gestern, siehst du? Ja, gestern. Ja, aber auch nur, ähm, für, ich hab mich über den Account von meinem Vater eingeloggt, da hab ich für ihn ein bisschen gespiegelt. Ja, 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 das sagen sie alle. Ich kann nicht dir ganz zeigen. Und dann, ah, muss mir hier nichts beweisen. Muss ich ihr recht auf? Ey, er sagt nicht, ich muss noch mal in die Welt. Ach, leck mich doch an den Füßen. Ja. Tick ein, Roblox, dann an mein Schell. Ja. Hallo, meine Seeigel. Bitte hört mich an und tut nicht den YouTube-Account folgen, äh, abonnieren, keine Ahnung. Falls es auf deiner For You ist, ich sag's dir. Vertrau mir, Seeigel. Was für ein Seeigel? Was hast du jetzt mit Seeigeln? Darb ich, ich mach jetzt ein drittes Video. Jetzt, 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 jetzt muss, darf ich keine Wortfehler oder so rein. Halt's Maul. Jetzt hab ich keine Wortfehler oder so. Warte. Oh, mein Meister. Peace. Okay. Frag einfach nicht, die hat's nicht mehr an. Nee. Hast du euch vielleicht auch schon aufgefallen? Egal, komm her. Ich brauch Fleisch. Sag mal, kannst du bitte mal mit deinen Selbstgesprächen aufhören? Ich höre hier grad Musik. Hallo, ich, ich kommentiere für die Zuschauer. Hallo? Ich glaub, es hat hier. Ich muss doch immer kommentieren, was ich mache, obwohl das nicht hier war. Aber ich kommentiere soweit. Ich zieh dich gleich. Ich zieh dich gleich. Nein, nein. Oh, Digga. Hast du, ähm, hier bei YouTube Unix sagt, der ist schon ein bisschen etwas länger inaktiv. Das liegt daran, dass er eigentlich gar nicht oft machen darf. Und der hört jetzt erstmal ein bisschen länger auf. Ein Horrorgame. Ähm, weil die Eltern das nicht rausfinden sollen. Und deswegen, ja. So. 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 . So. . So. 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 . So. 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 요arges. Schiff. gehen perfekt nice noch nicht gestorben noch nicht gestorben egal das mit dem fällt machen wir morgen weiter ich würde sagen das war's jetzt mit dem video euer thaytex hau da rein und ciao